Der Fisch ist ein Strahlenflosser, der im Ozean lebt und oft geräuchert oder gefriert getrocknet wird. Ein zeltener Pfannverkauf in Ambruch. Könnte die Flasche nicht aus mir nehmen? Vielleicht habe ich einfach nicht eine gute Erinnerung. Aber als ich klein war, war nicht dein Fisch nicht anders? Wahrscheinlich. Ich habe noch mehr Fisch aufgewachsen. Das war genau nachdem meine Mutter verlassen die Fisch für mich. Ich war in den Zeiten sehr ambitioniert. Ich habe versucht, ein bisschen zu werden. Ich habe alles gegründet. Jetzt habe ich die Flasche aufgewachsen. Was ist der Fisch? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da wären jetzt was Softes, ohne die. So, da wären wir hier. Katze! Komm, wir haben hier flog, dann. Okay. Die Killer. Watch out for the journeyman. You're new and don't know better than the stay out of the schemes. The altar is where we perform important rituals, like turning the season. Continue with your training, honeybee. And you'll be prepared when the moment comes. Hmm. Hmm. Oh, look at those beautiful squids. Good work, novice. So, when you finish your lunch, can we get back to incantations? No, no, these aren't for lunch. You need to make some nice black ink. And squid ink is the best. You could have said so. I just did. Now, you'll need a desk. Set it up in your sanctum. Ah, that's your basement. You wouldn't want anyone to happen on your half-ridden incantations. Once you've got your ink, there's a couple more things you'll need. Come back here. And I'll give them to you. Okay. Erzaubert. Der Wahrsager sagt. Du sollst einen Schreibtisch in deinem Heiligtum bauen. Wir haben ganz schön viele Forderungen. Ich hab lau-pause. Ich kann jetzt in deinem Heiligtum bauen. Das war. Ich hab lau-pause. Ich hab ich lau-pause. Untertitelung. BR 2018 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 Sag dem Arsch einfach, dass du einen Schreibtisch gemacht hast. Marzen Tinte. Untertitelung. BR 2018 Am I ready for bed? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018